Das laute Schweigen des Max Grund und der Protagonist des Romans, Max Grund, würde wahrscheinlich ähnlich argumentieren wie Arndt Dieringer hier, denn er bemerkt, dass völlig legitime Positionen von einer kleinen Gruppe an Menschen tatsächlich versucht wird, aus dem Diskurs auszuschließen und von solchen Fällen hat Arndt Dieringer eben ja auch schon einiges erzählt. Das heißt, dass Leute tatsächlich mit dem Ziel auf Arbeitgeber zugegangen sind, um einen Arbeitnehmer anzuschwärzen, wegen einer falschen Position auf Twitter zum Beispiel. Und der Autor Ralf Ruthart fordert mit diesem Roman also das Durchsetzen einer freien Debattenkultur, denn nur so können die besten Lösungen am Ende rauskommen und die liberale Demokratie erhalten bleiben. Und wenn euch dieses Buch nun interessiert, dann könnt ihr es hören, kostenlos auf Spotify, ihr könnt es auch auf Audible hören, aber ihr könnt es euch natürlich auch über Thalia oder Amazon kaufen.